Und dass du aufnehmen wirst, ist zu rauf. Lassen wir den Nachmittag freigehalten? Für jedes Jahr. An mir soll's nicht liegen. Oh Mann, das passt doch alles vorne und hinten nicht zusammen. Probleme? Wenn wir 23 mit Bild 25 tauschen, dann schaffen wir die 17 nicht. Boah, das ist schon fast drei, ne? Ja, aber wenn ihr die beiden trotzdem tauscht und Bild 27 am Samstagvormittag reinschiebt, dann kriegt ihr die 17 im Banner. Walter Winter, ich hab Ihnen mein Drehbuch geschickt. Das Bild hier, das sich ausprobiert? Ach, die Lesbogeschichte. Ja, genau, Sie haben's gelesen. Hat's Ihnen gefallen? Die Exposition ist zu lang. Lassen Sie sich von meiner Assistentin einen Termin geben. Wir sehen uns. Weil er einen schweren Fehler gemacht hat. Und jetzt hofft er natürlich, dass Mandy ihm verzeiht. Wir haben uns auf die Suche nach Mandy gemacht, um zwischen den beiden zu vermitteln. Damit sie ja nicht den Glauben verlieren, denn Liebe heisst verzeihen. Oh, da kommt sie schon, die Unglückliche. Hallo, du. Ist das eine Kamera? Ja, das ist eine Kamera. Und vielleicht möchten Sie da draußen jemandem etwas sagen. Ja, sicher. Ähm, ich grüße meine Mama und Onkel Günther. Mama, du kochst am besten. Und Charlie, den kleinen Dackel von Elke. Und... Nein, 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 nein. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.